Ja und da sind wir auch schon wieder zurück bei PVZ Garden Warfare und heute sind wir mit dem Onkel Dr. Scherz da unterwegs und wir haben hier eine kleine elitäre Gruppe, Gruppe, Runde und ja, ich bin eigentlich frohen Wutes heute. Ich habe Übelsklage wieder mal nicht gespielt. Oh, es ist halt, zwischen den Aufnahmen liegt immer so viel Zeit dazwischen, bis die Folge dann überhaupt online kommt und daher ist da manchmal auch ein bisschen Delay, nennen wir es mal Delay dazwischen. So, ich muss erst mal, wie gesagt, ein bisschen reinkommen und ich bin jetzt auch kein Healer-Main, bei PVZ zumindest, aber wir kriegen das hin. Ah ja, ich habe ja vollkommen vergessen, dass der Chester keine Reichweite hat, aber, oh, warte, 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 ich hole dich wieder, dann halt nicht. Okay, die haben Kakteen, aber das war es auch praktisch eigentlich schon. Ja, das war es. Der erste, Alter, die Sonnenblume. Hä, wo ist sie? Oh, 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 oh. Nein, 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 nicht gestorben. Oh, ich brauche Heilung. Oh, ja, geil. Huhu. Okay, ja. Ich freue mich eigentlich mal wieder, PVZ zu spielen. Wie gesagt, Übel ist lange nicht nur gespielt und das macht doch eigentlich ziemlich Spaß. Ist es schade, dass eigentlich kaum noch einer überhaupt PVZ spielt, da das immer noch so ein richtig gutes Spiel ist, vor allem so einen richtig schönen Multiplayer. Es ist noch kinderfreundlich, sag ich mal. Ah, ich treffe von hier aus gar keinen. Hi. Ähm, ich glaube, du bist fast tot. Diversbeteilung. Ja, heil dich. Mam, mam, mam. Ich glaube, die nächste Runde wird dann wieder in GW2 sein. Äh, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Aber die ist bereits auch schon aufgenommen. Ich weiß bloß nicht, wann. Ach, die dann rauskommt. Ach, kommen die jetzt wirklich mit, äh, mit, mit, mit Dinger her? Mit Erbsen? Alter, wenn man, wenn man nicht mehr weiter weiß. Wenn man nicht mehr weiter weiß. Dann, äh, holt man die Erbsen raus. Es hat sich nur ein bisschen gereinigt. Nur ein bissl. Ich glaube, wir brauchen einen Ingenieur. Oh, no. Na, oh, aber, was? Was? Ja, klar. Jetzt kommen die hier mit Schnappern, oder was? Eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir... Oh, wir haben doch Ingenieur schon. Da brauche ich nicht wechseln. Okay. Hab meine Meinung geändert. Und zack. Zack schön. Sind wir nur zu zweit? Okay. Äh, von hinten? Nope. Wurde nichts. Gehe ich von der anderen Seite rein? Ah. Was haben wir denn hier? Hallo? Oh, voll. Oh, der Sonnenblume auf den Kopf geschossen. Die merken mich nicht, oder? Oh, hätte er mal ein bisschen reich, Leute. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich sterbe. Gib mir Heilung. Oh, nein. Was macht das so ein Damage? Ja, natürlich. Sonnenblume. Fucking Flammenpuls. Verzeihung für diesen Ausdruck, Kiddies. Kinder. Verzeihung. Okay. Wie wäre es, wenn wir das jetzt einnehmen? Sieht doch gut aus. Einer nimmt sogar schon ein. Zwei nehmen ein. Ja, nice. Die Leute kommen langsam, aber sicher auf den Silver. So, und ich komme rein und... Perfekt. Okay. So will man das haben. Hi. Ah, der haut schon nicht schlecht rein, aber die Reichweite vom Chester ist einfach Bullshit. Ah, das ist nicht so prickelnd. So. Nächster Garten, würde ich meinen. Das könnte vielleicht ein bisschen problematisch hier werden. Lass mal ein bisschen Heilung hier, für die, die keine haben. So. Okay. Das ist ein Schnapper gewesen. Ich habe dich gesehen. Hm. Hier. Kommt von hinten. Aua, aua. Oh nein. Nein. Dieser Pilz. Okay. Okay, okay, okay. What? Ey, was ist das denn für Bullshit? Wie geht dem? Wie geht dem? Was geht dem? Ey. Wie kann man nur so dämlich hacken? Jetzt haben die zwei Schnapper. Ja, wenn man nicht mal weiter weiß, ne? Dann muss man changen. Aber wahre Profis. Wahre Profis bleiben bei dem Charakter, mit dem sie angefangen haben. So, ein paar Roundhouse-Kicker. Ein paar Tänzer. Hi. Oh, what? Nee, nicht nochmal. Nicht, nein. Nein, 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 nein. Ja, ach, als ob, Mann. Hier kriegst du es ja von vorn und hinten. Geh rauf. Normalerweise kommt der... Ja, toll. Die. Oh mein Gott. Hätte er mal Reichweite. Okay, warte, warte. Ich hole dich wieder. Ich hole dich wieder. Ja, nice. Alter, der Roundhouse-Kicker hier. Der Tänzer. Super, weg. Ich bin fast tot. Ja, was? 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 Oh, was? Ein Schnapper von links, rechts, ey. Von vorne bis hinten wirst du hier weggeschnappt. Das ist eine Taktik. Aber wir schaffen das. Ich bin zuversichtlich. Wir haben ein gutes Team. Wir haben gute Leute. Wir schaffen das. Yes. Nice. Können sich die FPS gerade ein bisschen wieder beruhigen? Ich nehme schon wieder mit Fraps auf. Ah, was haben wir denn hier? Ja, hallo! Nichts da. Das ist eine billige Taktik. Die kennt jeder. Das kannst du sein lassen. Wo ist er denn jetzt? Ja? Oh, ich kann den Grill wegschieben. Ja, nice. Aber ich kann mich nicht draufstellen. So, wo ist denn der Schnapper? Hallo? Hallo? Oh, der ist schon tot. Okay, naja. Hier, ich hole dich zurück, Kumpel. Da musst du nicht so weit laufen. Ist das hinten der Teleporter? Nee, der ist auf der Seite, ne? Jupp. Der Teleporter ist auf der anderen Seite. Hallo? Extra Damage. Ja, Alter, der hat sein Kollegen geholt. Oh nein, ich habe keinen... Ja, was? Was? Was hat denn der für ein Speed? Dass er so schnell nach hinten kommen kann? Äh, was? Bullshit. Bitte sehr. Mhm. Heilt euch. Ey, hallo. Danke. So, ich glaube, ich mogel mich von hinten rein. Oh, noch ein paar Tänzer. Hallo? Oh, Tür? Ah, jetzt. Was zum... Gajach... Lach das. Oh, da ist noch eine Tür. Macht die mal jemand kaputt? Ich kriege die irgendwie nicht down. Na, jetzt. Super. Also, von hinten? Wollen wir von hinten attackieren? Eine ist im Sonnen. Eine ist im Garten. Eine Plasma-Plasserbse. Plasma-Erbse. Schön. Danke, dass du zu mir kommst. Bei meiner Reichweite. Hä. Nein. Hau und toppen. Wuh! Oh, oh. Voll ins Maul. Oh, voll. Oh. Oh, voll auf die Birne bekommen. Ey, das hat mich noch nie erwischt. Noch nie in meinem Leben. Seitdem ich PVZ spiele, hat mich diese Pflanze jemals getötet. Noch nie. Oh. Komm. Oh, nein. Die Palme war im Weg. Hi. Nice. Ich brenne. Okay, die Plasma-Erbse ist noch am Leben. Ja, haben die jetzt zwei Plasma-Erbsen? Nee. Okay. Down. Okay. Komm, das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Wir haben Heilung. Ne? Wir haben nicht so viel Bock zu verteidigen, die Pflanzen. Die Pflanzen gehen ja ordentlich nur auf Kills. Irgendwie habe ich das Gefühl. So, Heilung. Dankeschön. So, jetzt ab zum letzten. Nein, nicht die Sonnenblume wieder. Fucking Reichweite, ey. Ja, ich sterbe trotzdem. Nein. Nee, tschüss. Boah, ey, was? Ey, die hat das auf mich abgesehen, du. Natürlich, schnalle. Nee, schnalle. War vorher schnapper. Natürlich. Äh, ja, komm. Ein paar. Karten. Piraten. Zombies. So. Was ist denn hier? Hier, Heilung. What? So. Was? Okay. Okay. Das hinterfragen wir nicht. Das halten wir einfach mal fest, so wie es ist. So, hallo? Oh nein, ich bin runtergefallen. Nein. Das wollte ich nicht. Der Kack, das ist so weg. Jetzt kommen die mit ihren ganzen Kack-Erbsen hier. Kratz ab. Das gibt's doch nicht. Nein. Oh. Knapp, knapp, knapp. Ja, jetzt mit einem MG dorthin stellen, oder was? Lausig. Einfach nur lausig. Vom Balance her geht's eigentlich. Okay. Nice. Mein Team schiebt und schiebt. Das ist super. Oh, jetzt haben die Gift-Erbsen. Natürlich haben die jetzt Gift-Erbsen. Natürlich nehmen die die OP-Pflanze. Sie tot? Ja. Heilung. Was? Warum gehen die so schnell weg? Bohnen. Da kommt schon die nächste Gift-Erbse. Zwei Gift-Erbsen. Au. Da war noch eine Erbse vor mir. Ich bin verwirrt. Versucht die Gegner. Ich bin verwirrt. Nein, 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 nein. Nicht sterben, nicht sterben. Ihr, setzt doch das Teil hier hin. Dankeschön. Komm mal runter. Ey. Fuck. Ich hab halt keine Reichweite. Und ich wechsel nicht, weil ich fair bin. Komm. Dankeschön. Jetzt bist du fällig. Ho, ho, ho. Au. Oh, oh. Bohne, Bohne. Alter, wie viele Erbsen haben die denn jetzt? Das ist ja eine richtige Erbsenarmee. Natürlich. 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 Jetzt haben wir auch gewechselt. Von Flammenimpuls zu Giftschuss, oder was? Einfach nur. Noop. Ich bin wahrer Spieler. Amtshaft? Du stellst dich dorthin mit MG. Mitten in der Feindesgruppe. Bist du ja... Was macht denn der kühn Typ hier? Habt ihr das gesehen? Der stellt sich einfach da und macht nichts. So. Wir müssen vorwärts kommen jetzt, Leute. Wir dürfen uns nicht von den ganzen Erbsen aufhalten lassen. was? Was? Jetzt stellst du... Nee. Was für ein Arsch? Was für ein Arsch? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hier noch ein paar Zombies. Oder Emus. Emus. Fand Emus. Oh nein. Das ist eine fucking Bohne. Durchhalten. Durchhalten. dranbleiben. Oh nein. Das war zu spät. Und da fliegen wir auch noch in die Luft. Äh. Schade. 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 Das... Was? Was? Habt ihr den gesehen? Er konnte noch schießen. Ja, keine Hex-On, ne? Hm, hm, hm. Ja, das war meine Runde mit dem Chester-Doktor. Wow, spaßige Runde eigentlich. Eine kleine elitäre Gruppe. Gruppe. Kann ich mir ja sprechen. Äh. War witzig. Kati. Ja, okay. Kann man machen. Ähm. Ja. Dann freuen wir mich schon auf die nächste Folge. Und wir sehen uns dann bei GW2. Bis dahin. Tschüss.